Nein, Ivan heißt er nicht. Na gut, ich zieh mich wieder um in die allschäbige Clotette. Ich versteh glaub nicht. Das hab ich jetzt aber auch gedacht. So, jetzt darf aber keiner mehr was schon so gut jetzt aussehen. Also ich werde definitiv jetzt nicht einfach Ivys richtigen Namenpreis geben, das kann der Wetter selber tun. Nein, 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 nein. Es hätte ja sein können, dass das bei ihm steht. Nein, auf seinem Profil nicht. Wenn du ihn donatest, weißt du es. Sobald ich Paypal habe, könnte ich das vielleicht sogar machen. Ja, könntest du machen. Und dann weißt du auch seinen richtigen Namen. Aber Lobbys sind zumindest schnell wieder da. Ivan Kauf auch nicht. Ivan Kauf auch nicht. Wow. Ja gut, das hat ja heute, also zwischendrin, Sissi Kaiserin von Österreich. Was ist das? Sissi. Aber dann müssen... Nein, dann müssen die dich nur nennen. Sissi Kaiserin von Österreich. Und das war jetzt der dritte oder vierte Deutsch innerhalb von einer Minute? Nee, Terv? Ja. Läuft ja. Gucken sich meine Account an und denken sich so, nee, gegen den will ich nicht spielen. Ja, vermutlich eher gegen meinen... Ist bestimmt ein Geist und der denkt, nee, so viele Taschen... Aber chill, wieviel Stunden hast du eigentlich chill? Neunhundert. Fast tausend. Ja, okay, du hast... Die Kinder haben dann über tausend, zwei hunderttausend und tausender fast drin. Komm, dafür habe ich nur 3,64. Die 3 ist ja das C im Alphabet, ich bin ein Komodore C64. Ähm, ja. Ja. Ihr dürft mich ruhig eure Heiligkeit nennen. Wow. Ernsthaft. Wow. Läuft bei dir, Ibi? Ähm, heilig. Aber wir waren das Wochenende, Ibi. Erzähl mal. ... ... ... Savage. Was denn? Ready und so. Das wird Survivor raus und dann rede ich. Hä, was? Ready und so? Ja, der Kiddler ist doch auch noch nicht ready. Ja, vielleicht eventuell, weil du so lange brauchst mit dem Ready machen. Manche Kinder warten nämlich extra... Ich hab dir halt ein Loot geschrieben! Manche Kinder warten nämlich extra drauf, dass alle Survivor ready machen. Ich hab auch extra ein Loot für dich. Ja, danke trotzdem! Oh, mein Loot! Der Vater, Morien, das krieg ich. Wow, ich bin rausgeflogen. Season Closed. Bin rausgeflogen. Alt F4. Oh, sag nicht, ich bin wieder ganz allein. Drück Alt F4 bevor du es geladen hast, du lässt dir keine Pips, ne? Sicher? Ja, ist so. Boah, jetzt hab ich Yassi versehen. Irgendeiner ist jetzt schon wieder aus dem Game rausgegangen, dadurch hab ich jetzt Yassi eingeladen. Manchmal, ehrlich. Furchtbar. Jill hat gesagt, ich soll Alt F4 drücken. Oh, Mann. Yassi... Was aus dem kannst du den Namen ableiten? Gina Wild. Hast du nicht gesagt. Ich heiße mich Gina Wild. Du weißt doch genau, dass du das hast. Lass es. Das war doch der andere Name. Ja, ist genau so schmerz. Ja, ist genau so schmerz. Ähm, Chill, das ist aber nicht okay von dir, dass du mir das hier... Was? Nachricht senden. Sorry. Nenn mich NSA. Klickt. So. Die ist sowieso gerade in Arc drin. Also von da eigentlich so tragisch. Also, ich verabschiede mich heute. Bis zum nächsten Stream. Hoffentlich dann auch wieder SWF. Alles klar, mein lieber Niklas. Schön, dass du dabei warst. Die zwei Runden. Beim nächsten Mal dann auch mit Discord. Und mein nächster Stream wird vermutlich am Dienstag oder Mittwoch sein. Und ich denke, dass ich dann auch mal wieder SWF machen werde. Mit Sicherheit. Mach ich ja eigentlich... Ich mach ja immer so ein... So ein Misch. Mal Killer. Also ein paar Runden Killer. Und dann wieder SWF. Also kriegen wir bestimmt hin, mein lieber. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Schlaf gut. Und guten Start in den Montag wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Und danke für die ganzen Loots, mein lieber. Und auch von Gina natürlich. Danke für den Loot. Nicht schreib. Kappa. Läuft. Ich wollte nicht schon wieder Penis schreiben. Okay, bis dann. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Schlaf gut. Und süß. Genau. Von kleinen Triebis. Was? Was? Läuft bei dir? Alter, wir haben zwei Uhr und ich bin immer noch dran. Ey, ernsthaft? Nein, bei mir läuft grad nichts. So. Jetzt sind nur noch Muggi mit Ready und dann kommen wir. Ja, ich musste noch eh eine Loot schreiben. Oha. Evie, danke. Wir schaffen das jetzt. Evie spammt erstmal mein Emote. Genau. Wirst du sonst noch irgendwas wissen, wenn ich grad schon dabei bin? Ähm, nein, aber wie gesagt, ich find's immer noch nicht so gut, dass du mir das geschrieben hast. Ja, man macht sowas nicht, weil du mir damit eigentlich Daten weitergegeben hast. Boah. Genau. Also ich werde nichts Unständliches damit tun. Ja. Ich werde es auch nicht verraten, aber ne. Viele, viele Puntes... Viele Puntes-Matis. Was? Ach so, dann ist die Frage, wie finanziert sich Facebook und Co. Genau. Ach, ernsthaft. Wow. Jetzt gibt's hier einen Doge nach dem anderen. Was ist denn hier los, ey? Und wenn wir dann ne Lobby haben, dann fliegen wir raus. Ernsthaft? WTF? Ich hab damit kein Problem. Hahahaha. Und Cookie One. 1243-1. Hallo! Hallo auch an dich! Hahahaha. Willkommen! Schönen guten Abend wünsch dir. WTF? Ich hab damit kein Problem. 1243-1. Willkommen! Schönen guten Abend wünsch dir. Oder guten Morgen besser gesagt. Und alles war drauf im Stream. Entschuldigung. Hahahaha. Yay! Jetzt bin ich nass. Läuft bei euch. Oha. Hahahaha. Alles gut bei dir. Mein Lieber. Schönes Wochenende gehabt. Und von Muktu ein Loot. Ivan Drotka. Das wird sein, glaub ich. Ivies wahrer Name? Nein. Ich hatte schon ne Vermutung, aber... Wie gesagt, ich werde an den Teufel tun, hier den richtigen Namen einfach preiszugeben. Sowas macht Evie Van selber. Mhm. Ja, bei uns alles soweit in Ordnung, Cookie War. Bei dir, wie sieht's da aus? Auch alles fein. Schönes Wochenende gehabt. Bin ein bisschen verschnuft, aber sonst alles super. Und wir spielen ein bisschen DVD. Ein bisschen Blutpunkte, noch ein bisschen Farben. Na, ich sag mal so. Wenn Evie möchte, dass der Name öffentlich wird, dann wird der ihn auch dementsprechend auf seiner Seite freigeben. Ich mach' Giveaway mit meinem Namen. Oha. S. Yay. Genau. STRG und V. Lass das chill. Evie hat das selber zu entscheiden. Das seh' ich aber auch so. Sehr schön, das freut mich zu lesen. Alles gut. Sehr gut. Das hört man auch immer gerne. Wir versuchen hier verzweifelt eine Lobby zu kriegen, wo wir nicht gedotscht werden. Und wo wir nicht rausfliegen. Und wo wir nicht rausfliegen. Ganz genau. Oder wo ihr mich mal wieder allein gelasst, ne? Ja. Du willst ja dann unbedingt weitermachen, selber schuld. Ja, 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 ja. Ist mein Problem. Hallo Trudet. Ich glaube, ich leg gleich wieder raus. Och, nö. Die Lobby ist auch ziemlich laggy. Oh, wir haben einen Doktor. Ja, ich hatte ein Standbild. Okay. Ja, ich sag ja, es leckt auch ein bisschen. Das merk ich beim Laufen. Der möchte farmen. Ich frau solche Kinderanlage. Doch, nicht das weiß ich nicht. Das wäre dann der zweite Farmer heute. Mocto, du bist auch nass. Ja. Und der Kindermächtig wäre. Glitchig quasi. Och, ernsthaft. Der war doch drin. Mann. Warte auf, ey. Pass auf. Beim nächsten Titelcheck, wenn ich ihn wieder so treffe, ist der hundertprozentig drin. Ähm. Okay. Was war denn das mit, äh, Farmen? Hat der... Wo hat der dich denn jetzt weggegrappt? Gina, noch da? Ja, ich bin noch da. Und ich find's interessant, dass drei Leute an Jen sind. Ja, man kriegt von dir ja keine Ansage. Ist er noch bei dir? Ist er nicht bei dir? Und jetzt kommt das Richtung Jen? Gut zu wissen. Danke für die Ansage. Weil, tut mir leid, ich mach mich nicht auf den Weg, wenn der Kindermächtig noch neben dir steht. Das bringt nichts. Okay. Also, wir haben den jetzt auf jeden Fall genug verwirrt. Beziehungsweise, er will dich nicht wirklich töten. Offenbar. Er hat nämlich gerade genickt. Also, wie gesagt, du solltest schon den Mund aufmachen, ob der Kindermächtig da ist oder nicht. Danke, Mucki. Gerne, mein kleines Ferkelchen. Lel. Jetzt geht's los. Ja, Savage bei Pisten Perkel. No. Alles klar, das ist lang. Ja, normalerweise sind meine Streams so sieben, acht Stunden. Komm, hier ist'n Jen. Das hat sich jetzt gerade einfach ergeben, dass das heute aber was länger läuft. Ich hatte eben noch ein Multistream... Ja, da ist noch ein Eis an die Krippe. Okay. Ich hatte eben noch ein Multistream laufen. Mit einem anderen Kollegen. Okay, er macht Party da. Wie man sieht. Mit der Hand. Ich hoard dich. Du Druck. Du Druck. Du 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 du. Du. Wow. Wow. Hab ich jetzt einen DC oder er? Ja. Ist er jetzt ernsthaft rausgegangen? Ja. Ja. Okay. Vielleicht, weil wir ihn nicht farben wollten. Hm. Interessant. Oh, und Distressing hat er drin gehabt, okay. Okay. Und Cookie War, vielen lieben Dank für deinen Follower, mein Lieber. Danke. Im Feuer, das ist das Minigame von mir. Das hat mit dem Minigame zu tun von mir. Du sammelst bei mir auch Feuer, beziehungsweise die Möglichkeit, die Feuer zu löschen im Minigame. Äh. Ha. Ha. Da. Na, wie du siehst. Ich kann gleich wieder meine Claudette leveln. Juhu. Ich hab mein lehrerbares Perk freigeschaut. Wow. Z. Dankeschön. Glückwunsch. Dieses Mexiан e-er hast du eine gutetleった...